Am 31. März wählen wir im Kanton Basel-Landschaft eine neue Regierung. Die Handelskammer bei der Basel fragt an ihrem Wirtschaftspodium vom 7. Februar nach. Was ist die beste Regierung für die Wirtschaft? Welche Antworten haben die Kandidierenden auf aktuelle Wirtschaftsfragen? Und welche Visionen verfolgen sie denn? Sie haben die Möglichkeit, über unseren Livestream die Kandidierenden kennenzulernen. Folgen Sie schon heute unseren Social Media Kanal und verpassen Sie nicht, wenn wir am 7. Februar live gehen.